Meine Freundin war letztens zu Besuch und da sie kein Fleisch isst, habe ich ihr was Vegetarisches zubereitet. Also jetzt ein vegetarisches Keto-Rezept. Let's go! Dafür schnappst du dir erstmal zwei Zucchini und schneidest die mit einem Sparschäler in solche Streifen und dann eine Packung Feta, die du würfelst. Dann schnappst du dir immer einen Würfel Feta und wickelst den in einen so einen Zucchini-Blattscheibe, I don't know, ein. Und dann nimmst du dir ein weiteres Blatt Zucchini und wickelst das so nochmal ein, sodass dann so ein kleines Päckchen am Ende entsteht. Der Käse kann dann nämlich von keiner Seite auslaufen. Das habe ich dann einfach aufgespießt auf ganz einfache Holzspieße. Und dann brauchst du eine Pfanne, die groß genug ist, sodass die Spieße in voller Länge reinpassen. Die brätst du dann in etwas Öl an, zwischendurch immer mal wieder wenden. In dem Restöl brätst du dann eine halbe Zwiebel an, den Rest der Zucchini. Dann kannst du dann auch Knoblauch reinpressen und falls du etwas Feta übrig hast, gibst du den auch da rein. Über die Spieße geben ist wirklich super lecker. Du kannst das dann noch nach Belieben würzen.